Hallo bei Phil's Philosophy. Uns geht es heute um die Frage, ist Nostalgie gefährlich oder ein Schritt philosophischer Heimatsuche? Dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Lentini Scarcina, der seine Bachelor-Thesis zu diesem Thema geschrieben hat. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Der Titel Ihrer Arbeit lautet Nostalgie als politische Emotion, das Gefühl der Entwurzelung, als Herausforderung der ethischen Bildung. Das hört sich nach etwas sehr Tiefgründigem an und ich möchte Sie als erstes fragen, wie sind Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen? Was hat Sie daran gereizt? Es ist zwiespältig aber zum einen die politische Situation, aber viel eher das Persönliche und zwar meine Eltern sind aus Italien und es war so, dass wenn wir jedes Mal zur Fähre gefahren sind, ich halt beobachtet habe, sei es jetzt bei meinen Eltern selbst oder auch bei den Leuten, die halt gerade Urlaub machen wollen in Sizilien und auch zu Hause dort sind, der Blick sich verändert hat und dieser Blick hat halt viel gesagt, also ohne viele Worte zu sagen, sondern einfach nur die Insel halt zu betrachten in Sizilien und auch egal, ob es jetzt Regen oder Sonne war, es war schön anzusehen und danach eben, weil es auch aktuell war in der Zeit, wo ich die verfasst habe, das war eher so die Situation, dass in Italien gerade die rechte Lage, das rechte Lager sehr weit vorne lag und es war noch offen, ob die halt die Regierung als nächstes kriegen und ja. Das heißt, es geht um Populismus auch in ihrer Arbeit? Auch ja, auch sehr stark, ja. Also da gibt es einen Philosophen oder Soziologen Colin Crouch und der schreibt praktisch über pessimistische Nostalgie. Ah ja, ja. In Ihrer Arbeit widmen Sie sich dann in einem längeren Kapitel der Frage, wie untersuchen die verschiedenen Wissenschaften Gefühle, weil Nostalgie ist ja ein Gefühl und dass die Psychologie das tut, ist klar, aber wieso die Philosophie? Da geht es doch eigentlich weniger um Gefühle, oder? Ja, es ist so, dass es bis zum 18. Jahrhundert, also in der Philosophiegeschichte allgemein, Gefühle gar nicht beachtet worden sind, beziehungsweise schreibt Aristoteles in seiner Rhetorik darüber, Platon auch über das Schöne und über die Liebe, aber es wird immer als etwas Irrationales angesehen oder entzerrt und verwertet als etwas, das nicht zur Philosophie gehört und das Gleiche haben wir auch im Bildungsplan, wenn man sich den anschaut. Da ist eher das Logische wichtig, das Rationale und Gefühl ist dann so ein ganz kleiner Punkt, der halt erwähnt werden sollte. Aber in diesem Kapitel gehen Sie ja auch darauf ein, dass Philosophie, also eine neuere, moderne Gegenwartsphilosophie, durchaus auch Gefühlstheorien hat. Ja, genau. Da gibt es eine Dame, die heißt Masard Nussbaum und sie schreibt praktisch, dass Gefühle intentional sind, heißt, sie sind immer auf etwas gerichtet, aber sie geht halt auch, und das sage ich dann auch in der These, dass es mit Patriotismus eng zusammen sein sollte, also dass es miteinander zusammenhängen sollte und das ist eine Gefahr, weil dann gibt man praktisch den Populisten auch Raum dafür und das durchleuchtet sie nicht so ganz kritisch, sondern sie sagt, dass es da diese patriotische Kraft eben gibt in Gefühlen. Aber interessanter ist eben, dass sie auch herausfindet, dass es eine Art Erzählstruktur gibt bei Gefühlen. Heißt, dass praktisch, wenn wir jetzt irgendeine Partei nehmen und über Nostalgie oder nostalgische Narrative arbeitet, so vielleicht auch konservative Leute catchen kann, um Stimmen zu gewinnen oder eben auch sich ein Wunschdenken, eine fiktionale Nostalgie entwickeln kann. Ja, genau. Jetzt gehen Sie mit einem weiteren Kapitel, ich würde sagen noch eine ganze Etage tiefer und das finde ich besonders interessant. Sie gehen nämlich ausführlich auf die griechische und römische Antike ein. Da ist das Thema Heimat und auch das Thema Sehnsucht nach Heimat. Sie hatten es eben auch auf die erste Frage mit den Blicken der Heimkehrenden angesprochen. Und auch tatsächlich, das fand ich interessant, Nostalgie in der Antike. Hat das unsere Urahnen auch schon so beschäftigt wie uns? Ich denke schon. Also es ist so, dass das Gefühl der Nostalgie ist überzeitlich. Also man hat immer irgendwie Sehnsucht danach. Solange wir uns ändern können, haben wir auch Nostalgie. Aber Nostalgie an sich als Begriff ist eine Erfindung vom 18. Jahrhundert. Und das Spannende ist, dass es praktisch, also meine Arbeit schreibe ich ja von Barbara Casson. Und die Dame schreibt praktisch über Verwurzelung und Entwurzelung. Und das ist praktisch die Erzählung von Odysseus und der Aeneas Sage. Das heißt, die Professoren ist Altphilologin? Ja genau, sie ist Altphilologin. Und in der Odysseus Sage geht es ja darum, dass sich praktisch der Odysseus nach der Heimat sehnt. Also er will wieder heim, aber er verirrt sich. Und er ist an seiner Heimat gebunden, also verwurzelt. Und in der Aeneas Sage ist es eben so, dass Aeneas sich von der Heimat, also von Troja, entkoppeln muss. Er muss fliehen, weil eben halt der attische Seebund angreift und sich eben entwurzeln muss und eine neue Heimat suchen muss. Ja genau. Und das fand ich ganz spannend. Und wie haben Sie da einen Bezug zur Gegenwart gefunden? Das ist ja wirklich ein Thema, was eigentlich weit weg ist. Altphilologisches Thema auch. Was war der Bezug zu heute? Der Bezug zu heute ist klar 2015 die Flüchtlingskrise einmal. Lampedusa war so ein Anliegen von mir, weil wir waren da mal so in der Nähe. Und dann habe ich eben dort so die Zäune gesehen und wie halt die Politik praktisch alles auf Sizilien abwälzt, aber nicht irgendwie als gemeinsames Problem ansieht. Und da war der Bezug für mich, dass das alles sozusagen nicht Sagen gestalten sind, sondern reale Leute, die eben gerade eine neue Heimat suchen, aber zuerst nicht akzeptiert werden. Und das ist dann schwierig. Kann man irgendwie sagen, das geht mehr das heutige Empfinden, das heutige Problem? Vielleicht geht es mehr in Richtung Odysseus oder mehr in Richtung Aeneas Sage? Sowohl als auch. Wir haben jetzt die Möglichkeit überall hin zu fliegen, wenn wir wollen. Und es gibt ja auch Berufe, wo man praktisch jeden Tag irgendwo unterwegs ist. Und wo man sich da verwurzelt fühlt, das weiß ich nicht. Wäre auch spannend zu fragen. Aber an mir kann ich es halt sagen, dass ich praktisch zwei Herzen in der Brust habe, die auf beiden Seiten schlagen. Einmal für Deutschland, einmal für Italien. Aber dann kommt eben was Drittes noch dazu. Wenn ich halt Freunde aus einer anderen Ortschaft kennenlerne, dann habe ich ja trotzdem irgendwie eine Art, ja, so ein Gemeinschaftsgefühl eben. Und das ist dann auch, man kann es nicht wirklich fixieren. Und das ist halt so dieses Ding. Ja, ja. Das Thema Heimat, Sehnsucht nach Heimat, was wir hier behandeln, ist ja in den Herzen der Familien, wir denken an die Migrantinnen und Migranten, ein großes Thema. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite, Sie sprachen es an den politischen Populismus. Sie haben sich jetzt während Ihrer, während des Schreibens, das sind ja viele Monate auch, kann man sagen, intensiv damit beschäftigt. Sehen Sie die aktuellen Themen, also Migration oder eben auch politische Nostalgie und Populismus nach dem Verfassen der Arbeit in einem neuen Licht? Nein. Also ja und nein. Nein, weil es ist so, dass es schon in den 1940ern war es der Fall, dass es praktisch Populismus und Migration ein Thema war. Auch zu Barbarossas Zeiten hat Nostalgie eine Rolle gespielt und im alten Rom genauso. Also die Aeneas-Sage ist praktisch nichts anderes als ein politisches Narrativ gewesen, weil die Aeneas-Sage sagt zwar aus, dass Rom ihre Ursprünge in Troja hat, aber Rom existiert ja bereits. Und dann werden da praktisch so Sachen erzählt, dass Aeneas verliebt sich in Lido in Sizilien, eine franzische Prinzessin. Und die muss er verlassen, weil die Götter da sind. Und dadurch, dass die praktisch, also Aeneas sich nicht an Lido binden kann, muss er ja was Neues suchen. Und dieses neue Suchen ist praktisch die Unterwerfung Kartagos, so haben es die Historiker dann analysiert. Und das gleiche Spiel haben wir dann eben heute auch. Also wir haben zwar den Populismus, der deutlich stärker geworden ist, da ist nämlich dieses Jahr jetzt mit drin, dass wir Narrative haben, die extrem gefährlich werden könnten. Wenn wir nämlich sagen, dass die goldene alte Zeit besser war als die heutige. Wenn wir uns daran fixieren, zu sagen, ja früher war alles besser. Und dieses früher war alles besser ist eben so eine Art Wunschdenken, an dem man sich aber nicht binden sollte, sondern nochmal reflektieren sollte, was genau daran vielleicht gut war. Aber so, dass es trotzdem realistisch bleibt. Heißt zu sagen, das ist immer noch Vergangenheit gewesen. Super. Also man sieht, es geht ziemlich in die Tiefe, historisch, aber eben auch emotional. Sie sprachen den Populismus an. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich habe zu danken. Ist Nostalgie gefährlich oder ein Schritt philosophischer Heimatsuche? Wir haben euch eine Bachelorarbeit zu diesem Thema vorgestellt und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy. Auf Wiedersehen.